Was haben wir denn hier so für Embleme, Alter? Lass mal gönnen, Alter. Taster... Das ist ja der schlechteste Regenbogen EU-West, Alter. Taster-Rainbow, Digga. Ich hab meine Embleme, glaub ich, auch nicht selber gemacht. Das wird, glaub ich, der Jockey-Grüße gehen. Raus an dich, Bruder! Servus, Leute, der Lappenbegrüße und herzlich willkommen hier zu diesem Video. Yo, es gibt mal wieder was von meiner Seite. Ich entschuldige mich gar nicht mehr, überhaupt gar nicht mehr für irgendwelche Zeiten, wo ich nichts hochgeladen habe, weil, macht nicht keinen Sinn, ich bin einfach ein bisschen sporadisch, sag ich jetzt mal. Wir gönnen uns heute die Map-Combine in BO3 im Team-Deathmatch. Ich hab früher BO2 und sowas mit Sensitivität... Sensitivität? Boah, boah, der Huan, Alter. Sensitivität 14 angefangen zu zocken und eine ganze Weile darauf 14, 12 sowas gezockt. Warum auch immer, kann ich gar nicht sagen. Und deswegen zocken wir heute einfach mal eine Runde BO3 mit dem extra crazy... Wow, 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 sheesh, Alter. extra crazy Movement hier. Und dazu noch die Sensitivität 14. Ich hab ihn sogar erwischt, aber ich hab keinen Plan, wo er jetzt gerade ist. Ja, okay, alles klar. Also wir sind, wie man sieht, auf 14, Alter. Und werden jetzt auch mal versuchen, auf der kleinen Map hier mit der KVK was zu reißen. Und wenn ich hier schon was... Leck mich am Arsch, Alter. Oh, okay. Hätte ich gerade nicht erwartet, to be honest with you. Oh, ich muss ein bisschen mehr scuffen, weil das macht natürlich die Schwierigkeit... Oh, 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 no, okay, ich wechsle mal kurz, switch mal kurz Weapon. Ja, man, die... Wie heißt sie? Peacekeeper, Alter. Lifesavering every... Oh. Zack, Alter, das ist auch 14, Bruder. Bruder, wenn ich jetzt hier was reiß... You can call me with Khabasa if you want, Alter. Boah, das geht schon. Wenn man ihn nicht groß... Ja, Alter, er spielt halt auch die Schadimann. Pack die Pumpe ein, Junge. Boah, das war richtig dumm. Ich hätte mich zuerst auf den zweiten konzentrieren sollen. Ich habe es trotzdem noch gekriegt, aber das war mal wieder so ein typischer Vorgehensfehler. Wie ich sie so gerne mache. Irgendwo hier ist noch einer. Sie sniped da. Boah, und dann schon wieder er, Alter. Wo kommt der... Was soll eigentlich hier, Digga? Wir sind sogar positiv, Alter. Bruder, was ist, Alter? Oh, yeah. Okay, das war bitter für sie. Dass sie trotz... Oh, wenn man so langsam chillt. Oh, man. Man, komm, also er ist immer einfach da und ist einfach schon... Man kann's... Man darf's eigentlich nicht sagen, aber er ist eigentlich schon voll der Hurensohn, Alter. Den Snackmutter von der Seite weg. Alter, auf 14, Digga, Bruder, was ist? Ach komm, dann mach 1 gegen 1 zu spielen mit normaler Waffe, du kleiner Hurensohn, Alter. Reg mich nicht auf, Mann. Ich hab gesagt, ich versuche, ich sag keine Ausdrücke mehr und träg mich nicht mehr auf bei so einem Spiel, aber... Oh, der wär schön gewesen. Der wär schön gewesen. Aber mit solchen Menschen kannst du nicht so ruhig bleiben, Alter. Das geht nicht. Alles klar. Das war safe air. Okay, das war schon eher sehr peinlich meinerseits. Weil ich eigentlich nur aus der Tür rausballern musste. Äh... Dem schießen wir in den Rücken. Oh, und nun wird auch in den Rücken geschossen. Nice, Digga! Nice! Wir probieren noch eine andere Waffe aus, wobei ich die eigentlich ganz nice finde gerade. Also gerade in der Challenge zusammen... Oh, sie ist richtig schon reingerutscht. Hat sich quasi so mit selber einen... Alles klar. Alles klar. Ich meine, ich kann natürlich hier auf 14, kann ich natürlich die übelsten Trickshots raushauen, gell? Aber, ja, for real, wer will das schon? Ich weiß gar nicht, warum man mit 14 angefangen hat. Oh, die... Ah, das war richtig dumm gerade. Wenn es so ruhig ist, Alter, einfach rauszurennen. Warum man mit 14 eigentlich angefangen hat. Äh, weil... Naja, ich meine, man spielt doch zwei Runden und hat dann einfach keinen Bock mehr, weil es viel zu... Viel zu... Krass ist. Alles klar, er hat es eine Talon. Wir sind mittlerweile negativ gegangen. Aber wir müssen das Ganze ja auch nicht so ernst nehmen. Mal wieder ein Kill wäre halt nice. Und wir versuchen mal die Talon abzuschießen. Einfach just for fun, Alter. Ja, wir haben das jetzt so stört. Professionell kannst du, äh... Nix reißen damit. Weil du einfach... Zu... Du bist zu ungenau. Du bist zu schnell im Endeffekt. Du bist, ja, du bist einfach zu schnell. That's it, Alter. Und jetzt können wir unsere Specialist nicht mehr einsetzen, ne? Lol. Ähm, was geht eigentlich bei... Bei ihm ab, Alter? Er ist so widerlich mit der Schei-Schalli unterwegs. Ohne Witz, aber auf der Seite bist du auch sehr effektiv. Kann man an einer Stelle einfach mal sagen. Kann ich eigentlich... Blub! Kann ich eigentlich gerade... Ähm, okay. Ähm, macht schon absolut gar keinen Bock gerade mehr, das zu spielen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal heute rauslappen. Verabschiedet sich. Tschau, dann!